17.12.20, naja, kann gut sein, dass ich das schon geguckt habe, schon was an. 10 Minuten geht es. Okay, haben wir mal ein längeres Video zum Gucken. Ist das nicht der von Mr. Bean? Ist das nicht der, der Mr. Bean gespielt hat? Das ist natürlich sehr schön, als Moderator hier angestellt, als Kommentator. Ja, das ist, also muss man zu beschreiben, Watch People Die Insights. Das ist ein Format, wo Leute gezeigt werden, die, na, die sterben. Die halt gerade, ja, das ist halt, wo irgendwas passiert und die halt, ja, der ich hier gerade. Und der hat seine Scheibe kaputt gemacht, über. Ist ja schön. Oh, scheiße. Ja, das ist nicht gestorben. Ja, mit seinem Paketband. Ja. Ich habe was gemacht. Ich habe es gebrochen. Das ist geil. 12 zuschleimig. Jetzt geht's. Das muss man es nochmal sehen. Das fühlt mich gerne. Willkommen zu spielen Bop It mit exzessive Kraft. Ich habe es gebrochen. Ich habe es gebrochen. Ich habe es gebrochen. Ich habe es gebrochen. Oh nein. Nicht mit dem Rasierer. Nein. Es kann nur schief gehen. Vor allem. Vor allem, weil das Wort Pipeterienzeit heißt. Es kann nur schief gehen. Oh nein. Ach du Scheiße. Ich muss das machen. Jetzt muss ich nicht das machen. Oder damit den Hut tragen. So ich trete mal gerade einen Schluck. Das ist noch wegen dem Schnauzer. lecker die unter dem anderen sind zwölf ja du kennst wir können was decken mehr als er Was ist das? Was muss wehgetan haben? Das abrutschen, aber das kennt man schon. Nicht gefangen. Da wär ich auch. Dazu geh in den Fluss. Dann lässt sich direkt aus der Eigenschaften ein paar Scham bauen. Wenn du nicht die Hände so wie diese, dann sind sie nicht deine Hände. Danke, du bist gut. Du willst Bier oder was? Natürlich. Bis zum nächsten Mal. Ein einzeln Nuss zwischen zwei, da steht so drauf wo es her ist, ja, einfach Nuss gekauft und ja, der Weg ist doch herrlich. Die Katze, der Weg der Katze, göttlich. Geht denn Angst vor Delfinen oder was? Von Wahl, Stifin mit der Wahl? Der Ton ist hier ziemlich schlecht, aber. Ach du Scheiße, ist der P abgezogen. Ach du Scheiße. Ich glaube nicht, dass die Katze gebrochen wollen, um zu kreien zu werden. Ach du Scheiße. Das ist der Akt. Ich weiß nicht, dass die Katze gebrochen wollen. Ich weiß nicht, dass die Katze gebrochen wollen. Katze ist immer klar. Nein, du hast ihn am letzten Moment und du hast ihn gesagt. Wenn du wachst und du bist auf der letzten Zeit auf der Route, fühlt es ziemlich schlecht. Ach der Arme Sack. Endstation. Oh nein. Ist ausgerutscht. Oh nein. Zurückbeißen geht ja nicht. Das dachte sich der Hund hier. Das dachte sich der Hund hier. Guck mal hier. Das dachte sich der Hund kann wirklich hier. Zurückbeißen ist jetzt nicht wirklich drin. Dreht sich noch um? Ne. Auch schön. Ach du Scheiße. Oh, das muss aufhören. Und wenn es ist? Ich glaube, es ist alles gut. Okay. Wow. Es muss sein. Es ist 48 Millionen. Eine 1 Million. Sie ist recht geworden. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ähm. Schau. Der Ziel ist. Sie hat 21.198 Dollar. Ach, das hat sie verspielt. Nein. Weil sie jetzt irgendwie eine Frage, die letzte Frage, weil sie jetzt gesagt hat, sie will doch nicht, sie will jetzt gehen. Sie will den Briefumschlag nicht haben. Und den Briefumschlag, so ein, ja, irgendwie so ein Spiel wurde halt dann, den Briefumschlag wählen wir jetzt den Falschen und den Richtigen und dann hat sie gesagt, nee, oder keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Aber was hat sie verspielt? Hat sie den, hat sie die Millionen verspielt? Nein. Es ist eine Überraschung. Aber du hast wirklich gut gemacht. Ja, gut. Ist aber trotzdem irgendwie, das ist schon, ist schon scheiße. Wenn du weißt, du wirst die Millionen bekommen. Die Mütze rutscht mir immer wieder ab. Mario Mütze. Nicht auf dem Tisch. Ziemlich langsam raus. Bart ausgezogen schon. Handschuhe schon am Anfang gar nicht angehabt. Ja. 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 Ich weiße, das hat häufig viele Suchser verbeten. Ich bin ein bisschen entschuldigt. Was passiert hier? Ah, ich glaube, ich weiß, was gleich kommt. Und er singt irgendwie um seine, also er singt sie an irgendwie, so eine altromantische, ja, er singt so wahrscheinlich übersetzt so, bist du meine Freundin, wäre nicht lieblich wie sonst was, oder, ja. Sie sagt, sie hat, glaube ich, schon den Kopf so ein bisschen geschüttelt. Sie gibt ihm jetzt eine Absage. Das ist ihr Freund. Ach du Scheiße. Das ist ihr Freund. Nein. Sie hat einen Freund und ich sage, nein. Oh, Mann. Sie hat einen Freund. Und ich sage, nein. Oh, Mann. Sie hat einen Freund. All I know is I had my external battery still, I still have my Mi-Fi, I still had my streaming phone, so what the hell could he have possibly stole? Immerhin hat er einen Streaming-Phone. Der Trend geht zum zweiten Telefon, das ist, ja, ähm, sehr schön. Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr das alles gefallen? Ja. Du bist gut? Oh mein Gott. Du bist gut? Du bist gut. Du wirst mich töten. Ja, nee. Es ist jetzt schlimm für ihn, dass er als miss-mist-frau bezeichnet wurde. Das ist nämlich für ihn ganz schlecht. Der will nämlich männlich sein. Er hatte ganz schwierige ... ja. Nehmt man das hier? ja was mein design oder was auch immer wieder schön dann stehen auch tolle tolle eclips von ja, aber du wirst keine Ahnung, ey man, du willst das sagen, die Brücke? die Brücke? ist das, was es heißt? ich bin fertig, ich bin fertig PewDiePie? Brücke? was? ich verstehe es nicht sie spammieren Brücke in meinem Chat, ich weiß nicht, was das bedeutet Brücke? das ist die Evolution von PewDiePie crossing a bridge oh, 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 oh my, uh, assistant calling me, wass that? maya? oh, oh, wait a minute, no, no, no okay oh, let me delete that I'm not, I'm not, no no, 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 no okay, no, no, the rule is it's gotta be an official posted it always surprises me how guilty a dog can look melgol did you chew that? melgol Der Hund hat gar keinen Bock. Ach, der Hund hat das Kabel angebissen. Ja, jetzt hat er gar keinen Bock. Er weiß, dass ich uns weiß. Ja. Er weiß, dass es ein paar Dinge gibt, wenn du einen Racken hast, dass es ein paar Mal ein paar Dinge gibt, wenn du einen Bord hat, wenn du jemanden nicht bekommst, ist das etwas, was du, was du? Sie sind unglaublich. Warum ist es unglaublich? Ja, weil du immer diese Dinge ausfüllen. Es ist unglaublich. Du bist immer diese Dinge. Ich fange diese Dinge. Warum nicht ich mich nicht zu verhören? Ich bin zu verhören, aber ich bin zu verhören. Ich bin zu verhören, also wenn ich nicht zu verhören, ich bin zu verhören. I don't know I feel like this might be a little far dennis voodoo who was das kind yes your mom finds out your stepdad message the woman she hates happy birthday wer hat jetzt hier geburtstag jetzt habe es noch nicht verstanden sie wurde gerade fotografiert jetzt die kleine mit dort davor da gab es gerade ein foto mit dort davor und jetzt wird gesungen für irgendwen jetzt wurde ihr aber erklärt dass für irgendwen gesungen wird und was ich verstehe es nicht ja schön und